Hahahaha Cousin, Cousin, Cousin weiß das Cousin ist nicht dumm Bruder willst du aufhören? Bruder willst du aufhören? Willst du aufhören? Ich kann nicht fahren Bei Gott sogar Ich schwöre Oh mein Gott ich hatte so Angst Nein nein, bei Gott du bist an mir vorbeigelaufen Vor paar Sekunden Nicht vor ein paar Sekunden, aber bei Gott du bist an mir vorbeigelaufen So sehr gut im Kopf Ey wenn ich dir die ganze von dir weglocke, was riecht da für Cousin? Weglocke? Alja, dass die nicht hierher kommen Wie willst du das machen? Ey, ey Marcel Wusstest du das man ganz aufs Dach kann Cousin? Warte, ja Da sollte man schon Da gibt es voll gerade ein Verstecken Cousin Ganz unten Wir haben 3 Pusher Und du machst nichts, Mann Nichts Hahahaha Player, dank für den Prime Kuss Er lockt Marcel weg Refund, warum Refund? Wird Sousa gewinnen, warum Refund? Er hat mich ja schon Die haben mich beide schon von vorher gesehen Deswegen Schiebung Ja, 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 weil ihr eure Punkte verliert Deswegen Schiebung Was soll daran unfair sein? Uwe hat vorher keiner gesehen Die haben mich ja gesehen Also Sousa Äh, wir werden dich finden Mhm Ja Äh, wir müssen uns auf die Büsche konzentrieren Keine Ahnung Sousa hat gesagt Er ist, äh, nicht in dem Busch, ne? Ja, hat die Uwe schon gesehen? Sie lügen doch alles wie gedruckt Sie lügen wie gedruckt vor Ich schaue den alle Büsche nochmal rein Auch, alles was am Anwesen Keine Ahnung Unter den Treppen ist oder so zu sehen Uwe, sag Walabila, du bist in dem Busch Ja, ich sag gar nix Ja, ich bin, aber ich bin zu 100% nicht in dem Busch Jetzt musst du aber auch richtigen Tipp geben Du Wichser, was machst du so? Ein Fünfer hast du saubern Was? Hey, Marcel darf mich eh nicht finden Ein Fünfer, wenn ich, wenn ich Wenn du es gewinnst, okay? Äh, Alle Büscheabdecker und, äh Verpiss dich! Ja, nein, ich warte auf ne Antwort Nicht, dass sie sehen, dass ich hier mit dir rede Ja, haha Ich schulde Marcel schon, Fünfer Dann machen wir 200.000 Okay Äh, ich glaube ich weiß Ich darf mich helfen, wenn ich weiß, wo du wirst Oder, Cousin? Ja, ja, wo ist Uwe, wo ist Uwe Wo ist Uwe? Aber ich weiß ja, wo er ist, Cousin, weißt du? Oh Ich frage mal kurz, ob ich es echt machen darf Okay, Cousin? Am Ende sagt er, er will 200.000 Re-Life Ich fährt arm Pay to win Jungs, ich hab Sosa gefunden Jungs, ich hab Sosa gefunden Nein, nein, hast du nicht gehört? Ja, ich hab gewacht! Ey, du bist wieder vorbei gelaufen Warte, ich hab doch echt Angst Du bist hier Du bist irgendwo hier, ne? Warum findet ihr Uwe nicht, ihr Wixer? Ja, wo ist Uwe? Uwe, komm mal raus jetzt Bleib da stehen, wo du bist Ja, ich bleib stehen Komm mal zurück Zu den Treppen gerade Wo du warst Ich weiß nicht, wo du warst genau Warte Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, hallo, hallo Ich schreie sogar extra Hallo, hallo, hallo Damit ihr mich findet, hallo Nein, ich sehe nicht Wo bist du? Hallo, hallo, hallo Ich schreie sogar ganz blau Auf welcher Seite? Auf welcher Seite? Wo bist du? Äh, ich bin Wenn ihr... Nein, 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 stopp Uwe ist disqualifiziert Der ist nicht mehr am Anwesen, Digga Was bin ich so anwesen? Du bist nicht mehr am Anwesen Ich hab gewonnen 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 Nein, 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 nein Wo seid ihr, wo seid ihr? Kommt, das ist nicht anwesen Bleibt stehen Bleibt stehen Mauer, hallo Hier ist Grauzone Das ist in die Hände, Mann Nein, 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 nein Das ist Vocês Häh? Hier, ich bin hier Ich bin nicht beherrigt, ich bin hier. Wo ist er? Zeige, wo ist er? Alle, die sich da auferversteckt haben, wurden in Köttboden, was ist ich was? Sind dann auch das jetzt qualifiziert oder? Häh?! Das ist echt nicht anwesend! Digga, das hier... Nein, das ist kein Anwesend. Das ist kein Anwesend. Häh?! Ihr seid so dreckig, ihr wisst... Ihr seid so dreckig, Alter! Ey, Uwe, real talk, das ist kein Anwesend mehr. Das ist wirklich... Ihr seid so dreckig, die einen, dreißendlich... Ja, weißt du was? Komm, scheiß noch an dieser 5 Subsec... Sosa hat gewonnen, dann. Ich hab gewonnen. Kann ich auch sein. Äh, man wills abschälen. Ich bin da bestimmt 15 mal vorbeigelaufen. Digga, das ist zu 100% außerhalb. Ja, das ist zu 100.000, bitte, Cousin. Er hat sogar extra gesagt, außerhalb dieses Geländes. Oder das ist doch innerhalb des Geländes. Das ist mehr innerhalb als aller anderen Technik. Alle, danke dir für deine... Nur weil ihr zu viel Kompetenz seid. Ich danke dir für deine 5 Gifte, digga. Bester Mann. Ich danke dir für deine 5 Gifte, digga. Bester Mann. Hör zu, du Arsch. Ich habe extra noch... Oder danke dir für deine 5 Jahre, Bester Mann. Warte, ich... Keine Moment, Mann. Ich zahle meine schulden Aufsuche... Einmal ein Wurzel, weißt du, was ich meine? Nein, nein, du brauchst nicht zahlen. Das ist ja 0-0. Achso, weiß nicht, was du meinst, digga. Achso, ja. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Achso, ich bin ein einziger, der zahlen darf. Ich weiß, was du meinst, Marcel. Ich weiß nicht, was ihr meint, digga. Ich glaube, das hat Spaß gemacht, digga. Du hängst, dein Gelände. Wallabilla hat Spaß gemacht, digga. Hat Spaß gemacht, Jungs. Nein, du durfst es mich sowieso nicht finden. Du durfst mich sowieso nicht finden. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, Jungs, musst du ehrlich sagen. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Bis auf der Wichser, der außerhalb vom Gelände... Sepp, gib mal deine Taps, du Wichser! Weiß Bescheid. Ja, genau. Wir haben drei Jungs am Boden. So, Schulden bezahlt. Achso, Agathe hat auch bezahlt. Jawohl. Oha. Ja, natürlich. Agathe, hast du mitgemacht? Geht's dir denn gut? Ja. Danke auf jeden Fall, Mann. Oha. Ja. Ich bin nie wieder mit euch versteckend. Oder, Jungs, ich sag euch ehrlich, die Zahlen steigen, beste Männer, sag ich euch. So wie es ist. Den nächsten, er findet noch mehrere Schweine. Uwe, das ist doch klar, dass das nicht in der Mauer ist. Was? Natürlich ist das innerhalb des Geländes. Nein. Wo soll das sein? Wo soll das sonst sein? Bist du doof oder was? Schau mal, da ist die Mauer. Ey, wenn sich andere Leute unter der Treppe verstecken, ist das dann innerhalb des Geländes? Ja. Ja, ist es, ne? Richtig. Nur bei mir ist es außerhalb, ihr Schweine. Uwe, Uwe, woher weißt du, dass du unter der Treppe war? Ich hab doch gesehen, wie du da hingegangen bist. Danke für deine Zähne. Warte, ich hab doch das versteckt. Zeig du einen Dreißiger. Ja. Deine Rede. Ja, ich würde mal sagen, reingekackt, Digga. Unter der Treppe ist innerhalb, Cousin. Couscous für Modell der C-Gifte. Boah, ey. Ah, da seh ich mich bei den ganzen Zabs. Beste Leben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du Cousin. Militär-Masis Cousin. PD-Gebäude. Gegen Dietrische, gegen Dietrische. Aber diesmal mach ich nicht mehr mit dem Wechsel, er hat mich nicht gefickt. Ey, aber sag mal ehrlich, schau mal. Es geht wirklich nicht darum, aber Uwe, seid mal ehrlich. Bruder, das ist innerhalb des Geländes. Nein. Doch, bei Gott, das ist nämlich innerhalb. Guck mal, schau mal, komm mal, Marcel. Bruder, wenn du wecken. Ey, das ist unser Cousin. Wenn du allein aufs Parkplatz gehst, das wäre dann deiner Aussage außerhalb des Geländes. Oder wenn man allein in dem Gebüsch ist, ist man außerhalb des Geländes. Ich bin ja mehr blank. Na, wenn du deiner Aussage, obwörtlich, nimmst, ist alles außerhalb des Geländes, was hier außerhalb ist. Aber diese Büsse und zu, an der Mauer, das ist doch nicht außerhalb des Geländes, das gehört am Geländen. Moment, 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 ich hab nie die Idee. Was sagst du denn, wenn hier ein Verbrecher hingeht? Also, wenn wir jemanden suchen, was sagst du? Außerhalb des Geländes zum Einkaufszentrum? Seid mal kurz reise, Cousin. Das ist ein Fall für die drei Fragezeichen-Cousin. Junge, ich check's nicht mehr. Meine Ohren sind taub jetzt, glaube ich. Ich muss jetzt weg hier. Link, Link. Ey, sag bloß Polizei. Ey, was kommt denn hier alles an? Bruder, ich komm zu uns. Wieso kommt Polizei? Das ist nur Maddox-Cousin, ich hab Burger erschossen. Wir müssen GPS aufheben wieder, ne? Ich weiß. Digga, was ist hier los? Die liegen nicht mehr. Nee, Chat, also ihr könnt mir sagen, das ist außerhalb des Gebäudes. Da hat Uwe nix recht. Wer hat hier n' Papa, Guy? Nee, nee, nee. Absolut, Digga, das war außerhalb des Gebäudes. Oh nein, aber er lebt, Gott sei Dank. Nur weil du nicht verlieren kannst, hä? Ja, ja, das ist halt, das sind halt, guck mal, die 66 Prozent, die vorhin auf Nein gewettet haben, dass ich nicht gewinne, sagen jetzt, dass Uwe sein, äh, Dings nicht außerhalb war. Hätten 5 Prozent auf Nein gewettet, dann würde hier jeder schreiben, Dings. Ohne Tote. War nicht außerhalb. Ich muss den hier ins Nummer bringen. Aber er war außerhalb, ihr Wichser. Ihr Wichser, Mann. Also ich weiß ja nicht, wie Börger ums Leben gekommen ist, Cousin. Du gefällst mir unfair, bitte. Marcel, sei mal ehrlich, Cousin. Ja, was lustig. Du hast ihn schon wegen Börger aus, er hat es ihm zwar nicht gesagt, aber du weißt, es war ein Thema bei uns, oder Cousin? Ja. War unser Verschick noch innerhalb Jahr, gell? Nein, ihr wart auch Auswärtiger. Ihr wart unter der Treppe, Cousin. Ja, okay, das ist grenzwertig, aber das von Uwe war wirklich, das war ein Ding. Das ging gar nicht aus, ne? Ja, ja, das war Auswärtiger. Ich hab da nicht einmal reingeschaut. Zehnmal vorbeigelaufen, aber nicht einmal reingeschaut. Digga, dass Robin Emre mir noch 100 Euro schuldet, Tassos, ne? Digga, ich fahr noch Koblenz zu dem Wichser. Digga, da muss ein Besuch abgestattet werden, anders geht's nicht mehr. Dieser Nutten. Dass er sich nicht schämt. Seit 100 Jahren hat er diese 100 Euro Schulden. Und er zahlt sie immer noch nicht. Gehen, 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 gehen. Nee, Robin schuldet mir länger. Soza, die fünf Dings, die kriegst du dann 2,31, ah? Du Wichser, gemein jetzt! Uwe, wer hat gewonnen, Digga? Der Sosa war doch die ganze Zeit im Kopf, hast du schon gesehen? Weißt du denn nichts? Bei Fußball gibt's ja zwei Tore. Und demnächst, wenn ich Tor mache, ist ein Tor. Nee, ich wollte doch regelmaßen. Abbonus und kreis mal aus. Jo, wollen wir jetzt noch woanders spielen, oder? Wollen wir noch mal eine Runde spielen irgendwo? Warte mal kurz, misst du das an Scheiß gehen. Sagst du mal bitte, der soll mir die Schnauze im Funk grad halten, wenn ich jetzt noch eine Sache höre. Ey, ey, Sepp, du kannst deine 90 danach noch nachbezahlen, weißt du? Du kannst mir meinen halben afrikanischen Schwanz lutschen. Meinst du deinen nachrikanischen? Der Junge hat 95 Schulden bei mir. Du hast auch noch 80 Schulden. Achso, nee. Was laberst du? Du schuldst mir auch noch einiges, Uwe, das hast du mir vergessen. Wahrscheinlich. Ey, aber als wir zwei feiern waren, hast du mir einiges versprochen, hast du nicht eingehalten. Ja, was er redet, der Wichser. Du konntest dich aber nicht daran erinnern, weil dir deine Gedanken vom Kühlhaus, du kotzerstig schwein. Aber dank dir für deine fünf, du Wichser. Ja, ja, ja. Wenn man die Überwerbung für meinen Kanal besser ist. Ey, du Wichser, hör auf zu schlagen. Du kannst 20 Minuten nichts machen, Mist, gell. Wer kommt mir hier? Ey, ey, Sepp, ich hab genug Werbung. Medi Deluxe. Das stimmt. Ich hab meinen Tag aus. Ich hab meinen Tag bezahlt. Das stimmt aus. So, was machen wir jetzt? Lenn, danke. Wir wollen noch woanders spielen, eine Runde. Lenn, ich überlege. Das muss neu starten. Es gibt noch tausend Sachen, die man machen kann. Ja, wo? Und ich schlafe das los. Ohne eigene Regeln, der Film. Du kleiner Wichser, du machst außerhalb. Erzähl mir was. Ey, Bruder, an der Mauer, auf der Mauer, in Busch. Keine Ahnung, das war außerhalb. Uwe, das war außerhalb, du Wichser. Ich hab verloren, ich hab jetzt diese Fünf, alles gut. Ich muss schnell gucken. Weil wir bei Kalis verstecken, ich will, wer zuletzt von den Kalis gefunden wird. Also, die werden uns noch einspielen. Nein, 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 nein. Ja, wenn wir von denen gefunden werden, liegen wir alle im Krankenhaus. Könnte sein, ja. Ey, wisst ihr was? Okay, okay. Eine andere Sache. Sag doch, was Marcel sagt. Wir müssen dann aufstehen, Hände hoch, tanzen, irgendwie sowas. Ja, meint Marcel sagt. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ey, was denn das für eine Scheiße. Ich glaub, ich will nicht gleich Roblox. Okay, andere Sache. Ja, äh, Wettrennen, sowas. Wir haben nicht alle gleich den Autos gedreht. Ich hab die Idee. Oh mein Gott, ich hab die kratzeste Idee, Digga. Und jetzt kommt's. Hört mir ganz genau zu. Wir sind alle da, oder? Ja, außer Wolfsburg. Wolfsburg ist Krankenhaus. Zwei Leute sind im Krankenhaus. Burger und Wolfsburg. Okay, wir alle machen jetzt mit. Hört mir zu. Wer als Erster ist, zu Fuß von hier bei uns im Anwesen ist. Ach du Scheiße. Und vor, äh, vor diesem Bild von dem Fensterkopf steht und die Hände hochhebt, hat gewonnen, Digga. Ey, warum rennt ein? Hallo, Kusik, komm zurück. Hallo. Wo ist unser Anwesen? Nein, 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 nein. Du bist verliebt, Digga. Könnt ihr mir mal die Postleitzahl sagen? Weil ich weiß nicht genau, welches es ist. Und wenn ich jetzt zurückkomme? 50, 40 circa. Welches Bild? Äh, das Bild. Dürfen wir schon losrennen? Nein, 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 nein. Das sind viele Bilder bei uns noch anwesend. Nee, nee, das Bild von dem mit dem, äh, fetten Fingern da. Mit den Wurstfingern? Ja, der Ekel auf dem. Ach, der ist zu Fuß, oder was? Genau, genau, Digga. Ja, ja. Genau. Ach, der ist das, Digga. Auf, bei drei könnt ihr alle in alle rechnen. Ich bin nicht noch dabei, bin ich noch dabei zu sehen. Ja, ja, du musst noch so was. Ich hab irgendwie ein komisches Gefühl. Und der, als erstes dort ist, alle, alle in eine Reihe, hallo. Ey, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Was gibt's für Regeln? Äh, nicht abballern. Nicht abballern. Und, ja, nicht ab, und ganz kurz. Was, Junge schlagen? Äh, ganz kurz. Jungs, ich hab gar keinen Schüssel, ich komm gar nicht rein. Ist offen, wenn ihr uns boxen? Ist offen. Wenn's nicht offen ist, man sieht ja, dass du erst mal was, Digga. Aber ganz kurz, ich hab' ein Gefühl, hier gibt's irgendeinen Haken. Was ist, äh... Ja, Taser ist der Haken, Cousin. Ohne Taser. Okay. Und keine Autos benutzen, ja? Ja. Also nur laufen, keiner wird geschossen, keiner wird abgeknallt. Okay, heute noch. Auf drei, auf drei, drei. Eins, zwei, drei. Let's go. Ja! Ey! Ohne Schlagen. Ohne Schlagen! Ey, warum bist du so langsam? Ohne Schlagen? Ja, du hast angefangen zu schlagen. Ich höre mich schon wieder wie die erste, sie schlägt, C-Fix. Ja, natürlich, ohne geht's nicht. Erpisst euch! Erpisst euch! Was spielen wir eigentlich zu den? Oh, um fünf wieder. Der erste kriegt fünf von jeden. Wow, C-Fix. Danke für den 100-Bits. Uwe! Lauf! Agota, guck mal, wo Agota ist. Die ganze vergessen. Wir haben jetzt schon verloren. Ich muss nur die Ideal-Linie laufen. Wow! Ja! Perfekten Weg. Dings raus suchen ohne Hepper. Da vorne ist unser Anwesen. Boy, was ist gar nicht. Aber da vorne ist es ja schon das Anwesen, ne? Richtig. Sosa. Der Sprung war wichtig. Ich bin ein Kampfunfing, sonst könnte ich schlagen und wir haben Sosa ran. C-Fix. Ohne schlagen. Ja, ja, ja. Mist, ich glaub, du hast es geschafft. Nein, ich hab verkackt! Sosa hat's, glaub ich, geschafft. Echt? Ich hab' mir gar nicht. Oh, nein! Ich bin irgendwie gegen die Wand gelaufen. Was war denn das jetzt? Ey, das kann jetzt sein, dass Sosa schon wieder gewinnt. Der kriegt gar nichts von mir. C-Fix. Play better. You fuck who you kid. Das ist ein ganz großer Witz, Sosa. Das weiß ich selber. Fuck! Ey, Autofahrer! Fuck! Ich hab mit euch gestiegen. Ey, jetzt mach's doch nichts mit. Sosa, du Wixxer! Wer von euch ist erster Cousin? Nein! Ja, Glos hab wie immer, neen! Nein! Das ist mir so richtig. Ne, keine Cheater, Digger. Ah, ich bin wirklich ruhig, der Gefallen. Die sind die Wixxer noch, Digger. Ich bin der einzig wahre Gewinner, ihr Wichser! Ich hol mir das Geld, Mann! Ich hol mir das Geld! Ich hol mir das Brot nach Hause, ihr Wichser! Bam! Fuffi Minus heute, ich krieg mein Leben! Das schaffst du dir nicht ausdenken, ich abschonke einen! Aber jetzt bin ich raus, ich mach gar nichts mehr mit! Ich war einen halben Meter hinter Sosa, springt diese wichsen Mauer hoch und fallen komplett drunter. Drei Mal! Dieses Dreckste hier! Chad, so einfach macht mein Geld! Ey, Digger, was soll das, Mann! Nee, Sosa, das kriegst du jetzt nicht! Ja, das wird schön, Alter, jetzt lass dich mal wieder in Ruhe, Mann! Ey, Jungs, sag euch, Alter! Sosa, kannst du mir das auf den Deckel schlagen? Okay, lass, eine Sache noch machen, okay, Cousin? Nee, ich mach aus, reicht! Ich hab so viel Minus, Sosa, ich mach dich auch mehr! Einfach Tageseinkommen verballert, Digger! So, jetzt packe ich BF raus und wer als erstes mit der BF im Hafen ist, Digger, ich mach aus! Was ist Hafen? Nein, Mann, ey, was soll ich jetzt verwallern, Tobi oder was? Egal, wenn er sagt, der ist raus, wir können ihn nicht zwingen, aber, ähm, wo war aus der Hafen, Cousin? Was? Welcher Hafen? Was, welcher Hafen? Wisst ihr, was smart gewesen ist? Oh, unten, unten, Autohaus! Unten, Autohaus, noch besser! Ah, unten, Autohaus, ja! Der Jungs, wo ist mein ganzes Geld, ihr Wichser? Jalla, 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 Jalla! Also 10.000... Heute schon, ich hab schon! Ja, er ist der Einzige, der mal gemacht hat, ihr Wichser, gib mir mein Geld! Boah, ich sag's dir, wie ist die Krise gerade! Boah, Krise! Was, Krise? Ich zahl's dir in Raten, Digger, jede Woche eine! Du, was? Ich verdienst mehr Geld als ich, du Wichser! Halt deine Schnauze, du Wichser, was lügst du? Hallo, lass jetzt machen! Du bist unser Kursverkinder! Eigentlich müsstest du uns aus Toleranz jeden 10 schenken! So schaust es auch drüber! ADAC oder Autohaus? Ich mach hier Klimmzüge am Brotkasten, du Wichser! Hab ich schon einen Schlafsack gebucht für das nächste Mal im Sommer. Das ist krass, wer Lasertag, Cousin! Das hab ich noch nie gespielt! Das hab ich noch nie gespielt! Lasertag ist richtig gut! Also, es ist zwar ein bisschen scheiße, weil die Schüsse nicht instant ankommen, aber... Okay, hört mir zu! Hört mir zu! Hört mir zu! Ey, wir machen Zweier-Team! Zartrocks, danke! Okay? Ich bin mit Sosa! Ey, Uwe, ich bin mit Uwe! Ey, Jux! Ey, Jux! Ich war's von der Seite! Ja, ja! Ich bin mit Uwe, ich hab's schon gesagt, Cousin! Ich werd' nicht mehr um Geld, ich krassier' über Arsch, ich weiß sowas! Danke dir, Cousin! 20, wir werden zwar verlieren, aber... Ey, Uwe, sagt mal eure Schulden bei ihm, Digga! Was war denn Einsatz? Du mal deine Schulden, du Wichser! Du hast doch noch was bei Olaf auf 100 Stück, glaub ich! Ey, Jungs! Wer hat mein Urlaub auf 100, Digga? Du! Wie viel? Bei Olaf Toast oder nicht? Toast? Ne, was war der Einsatz? Lass' mir mal zu kurz! Hört mir mal zu! Was hab ich bei Toast offen? Lass' du machen! Wir machen mit den... Dankeschön! Bei Toast hab ich nichts noch offen, Digga! Jo! Ich halte doch die Fressen! Cousin entspannen sich jetzt! Kann wir so machen? Ich fahr' mit der BF, wer zuerst beim Laser-Attack ist, darf die Teams entscheiden, Cousin! Wo ist Laser-Attack? Na, euer Postleiter! Ähm... Warte! Das, das, 8-1-2! Ja, genau! Ihr 8-1-2 Cousin! Okay, machen wir das so, Cousin! Warte, 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 warte! Warte! 4-8-1-1-2! Nein! 8-1-1-2 Cousin! 8-1-1-2! 8-1-1-2! 8-1-1-2, warte! Oder, oder wir machen halt so, äh, der Erste und der Zweite, wir wählen dann! Hä? 8-1-2? Aber wir sind meiner zu wenig! Nein, nein, nein! Ich find's auch nicht! Und überm Yachthafen, also links vom Yachthafen, dann! 8-1-1-2! Ich seh's nicht! Ich seh's auch nicht! Ich seh's auch nicht! Ich check's auch nicht! Das ist das grüne unten! Ah, ich weiß wo! Das grüne Dings da! Ja! Ja, genau! Ah, okay, dann lass unsere Waffen allein lagern! Ja, wir müssen alles einlagern! Ihr dürft noch nicht mal einen Fallschirm haben, ne? Jux! Ich bin raus! Alles, was mit Geld ist, ich bin raus! Uwe, nein! Ich seh, Digga! Nein, oder, ey! Ich bin nicht zu viel, echt viel! Uwe, mach keinen 30er, Digga! Nee, sorry, oder, also, Fufi ist echt viel gewesen, Digga! Ich hab's da auch mitgemacht, hab ich überlegt! Uwe, wie schließt euch, Digga! Mit Bauchschmerzen, Uwe! Einer muss hier reinmachen, ich komm ja nicht dran bei euch! Ja, Bruder, die gehören aber auch hier zu uns, ne? Du Wichse! Ja, ist mir scheißegal! Verpisst euch! Ich hol's mir am Montag so ein bisschen, weil ich sie rauskomme! Ey, mach mir jetzt einen Lasertag ohne Waffen! Ohne Waffen, ja! Die Waffen ablegen! Okay, aber auch ohne Geld, ne? Verpisst euch! Mit Geld, Uwe! Wenn du nicht kannst, alles gut! Du kannst dann hierbleiben oder so was zuschauen! Okay, dann bleib ich hier! Komm mit uns auch zu! Okay, ich geb euch drei Sekunden! Wenn ihr jetzt noch in der Nähe ist, kriegt nen Kopfschuss! Oh, Mann! So! Spendenaktion für Uwe! Ich schwöre, der arme Uwe! Nee, die sag... Achso! Ich, äh... Wir müssen mit mir im Team! Ja, ich guck von hinten zu! Auch keine schöne Pfeife! Ah! Ja, ich denke dem... Weiß? Ob, äh... Beim Lasertag ist nur, äh... maximal zwei Sekunden! Bei Teams gibt, ja, ne? Legt beim... Legt beim Lasertag euer GPS auch weg! Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab gar kein GPS dabei! Ich hab auch keins dabei mehr! Ich hab auch keins dabei mehr! Wir haben nur zwei WFs! Hä? Ich hab gestern... Nein, Marcel muss wie parken, Cousin! Achso, ja, gut! Marcel muss ein Jarrag besser machen, Digga! Ja, komm her! Agathe hat immer was zu essen! Ja! Okay, ey! Also machen wir's jetzt so Cousin? Mh... Ich mach ein paar Päuschen, Digga! Weil wir sind eh einer zu viel! Wir sind nicht einer zu viel! Wir sind nicht einer zu viel! Wir sind sechs Leute Cousin! Einer zu wenig oder einer zu viel? Wir sind nicht einer zu wenig und nicht einer zu viel, hä? Hä? Es hat doch einer grad gefehlt, oder nicht? Nein, Uwe! Mach nicht mit Cousin! Achso, Uwe bleibt hier! Ja, gut, dann passt das so! Okay, Jungs, äh... Ich bin erstmal ein bisschen raus, ja? Ey, Mann, Marcel! Ja! Liebe, Liebe, Liebe! Grüß dich! Servus! Ciao, ciao! Ach, gehst du auch? Nein, ich auch nur! Achso, achso! Ich würde erstmal... Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung... Ich würde erstmal ganz gerne das Essen im Kopf, muss ich ehrlich sagen! Ja, gibt's wieder Schwanz oder Wurst? Äh, nee, Digga! Nicht so wie bei dir und deiner Mom! Tot, 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 tot! Ja! Äh, wir können doch einen Überfall machen, zu fünft! Oder irgendeine andere! Wahrscheinlich... Hä? Warum lachst du? Ach, wegen Burger und Buzzcrack! Ach, scheiße, was haben die denn jetzt da angeschleppt? Ich finde gut, dass ihr das Haus mitnehmt von, äh, 20! Sympotisch! Also, ja, Lasertag, dann geh ich, äh, geh ich nicht mit Lasertag! Äh, Cousin, kannst du mir die Sachen wieder rausgeben? So ein, so ein Chineser oder so hat uns angegriffen, Mann! Äh, äh... Äh... Ja, der hat uns abgeschossen! Ja, ey, dann gib mir mal meine Pistolen wieder, scheiß auf jeden Fall! Ja, mir auch! Mein Klappmesser, bitte! Und meine SM! Warte mal, das war doch mein Klappmesser, oder nicht? Nein, das hab ich mir zum Geschenk bekommen! Äh... Nein, das war meins! Das war meins! Das hab ich mir heute gemacht! Was? Boah! Cousin? Immerheil! Cousin, man, gib mir immerheils, mein Klappmesser her! Du kannst dir keine Befehle geben! So gut! Du wem sagst du das? Zu Sepp oder Burger? Zu Sepp! Ja, Sepp, ehrlich, fick dich, Mann! Ich finde nur meine Waffen wieder! Ich morgens ist keine Ansage, das ist einfach nur eine Feststellung, ihr Wichser! Hey, hey, hey! Cousin, gib mir die Waffen raus, bitte! Cousin ist gerade im Kopf, klar! Ah, okay! Hey, Sepp! Keine Zeitbett, Marcel! Ja? Hm, komm her! Ja? 20! Ja? Wer jetzt erst von uns beiden ankommt! Bruder, ich wollte jetzt schlafen, hier, Digga! Echt jetzt? Ja, ja, ich geh schlafen, Bruder! Jetzt? Wir müssen doch nicht lasertick! Nee, 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 Bruder! Ich bin schon ein bisschen länger da, weißt! Ja, okay! Alles klar, Digga! Wir hören uns später! Kommst später nochmal? Ich denk schon, Digga! Ich schau mal! Bist du länger da? Ich weiß es nicht! Ja, schau mir mal! Spontan, Digga! Ja! 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 Wollen wir mit Chief Smoke mal unterwegs? Ok! Ja! 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 Danke! Ey, Jungs. Jungs, ich glaube, ich hole meinen Cousin Chief Smoke. Ich glaube auch, ich werde mich Bundeswehr lassen. Ich glaube, Chief Smoke kommt in die Stadt. Okay, Jungs. Ich gehe jetzt schlafen, ja? Haut rein. Okay, wir gehen mit zweiter Count. Ist geiler, glaube ich. Fast live. Wo hängt der wieder? Ja, moin. Krankenhaus. Was sehen hier meine Augen, Mann? Was sehen hier meine Augen, Mann? Kommen Sie einmal mit mir mit. Ich? Ich? Nein, Sie nicht. Warum nicht? Weil ich mit dem Herner reden muss. Kann mich keiner mitnehmen? Kann mich keiner mitnehmen? So. Yo, 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 yo. Das war vom letzten Mal noch. Äh, dein OG hat mich abgeknallt. Ich bin der OG. Du bist der OG. Ich habe nur den Mantel gerade nicht an, ja? Äh. Alles gut. Ich setze dich einfach her. Versuch dann, versuch dich einfach umzuziehen. Ja, mach ich, ja. Alles klar, adios. Hallo. Ja, millennia. Hallo. Ich brauche krankenwagen. Komm hoch. Ich brauche krankenwagen. Ich ruf den Krankenwagen. Gib mir den Krankenwagen. Ruf den Krankenwagen. Was ist los? Ruf den Krankenwagen. Ruf den Krankenwagen, Mann. Warum? Bitte. Bitte. Ruf mal Krankenwagen. Bitte, bitte. Warum? Kann ich dir helfen? Nein, nein. Nein, nein. Aua, nein, nein. Ich bin unterwegs. Komm, jetzt ruf dir hoch. Nein, nein. Ich bin nicht hoch. Nein, nein. Wenn gleich Medic kommt vor der Schmerzen. Die ist dein Name. Michael, deiner? Michael, Nachname. Wie bitte? Nachname. Neida. Neida? Ja. Michael, Neida? Ja. Ich brauche Medic, Mann. Ja, die lassen sich immer warten. Ich kriege keine Luft mehr. Nein, nein, nein. Ich kriege keine Luft mehr. Komm her. Ich brauche etwas zum Rauchen. Ich brauche etwas zum Rauchen. Komm hoch, ich brauche etwas zum Rauchen. Hier. Ich brauche etwas zum Rauchen. Ja. Was ist denn jetzt hier los auf einmal? Hier ist Action ohne mich, Mann. Ja, wir machen es so, ja? Wir machen es so. Hast du eine Waffe dabei? Nein. Kannst du mir eine besorgen? Vielleicht. Ja, und wir sollten mit der Waffe, der Pistole. Und wir sind hier fein raus, ja? Du musst kein Schmerzensgeld zahlen. Und ich gehe meinen Weg, du gehst deinen Weg, ja? Ich komme nicht anders raus, oder was? Ja. Ich glaube, du hast dich mit der falschen Person angelegt. Wer bist du denn? Michael Schneider, habe ich doch gesagt. Schneider? Ja. Wie gehört die Schneiderei, oder was? Nein. Warum habe ich mich mit der falschen Person eingelegt, Mann? Weiß ich nicht. Warum soll ich dir eine Waffe besorgen? Ja, damit das hier alles gegessen ist, Mann. Ich glaube, die Bundeswehr hat ja scheiße gebaut. Warum die Bundeswehr? Die Bundeswehr ist in das Auto reingefahren. Und haben dich einfach rausgelassen. Hör mir zu, ja? Was gibt es hier für Gangs in der Stadt? Ich brauche einen Rücken. Gangs? Alle Gangs, die du kennst, sagst du mir. Blots. Hustler. Wer ist die krasseste Gang? Die krasseste Gang? Ja. Was? Subjektiv betrachtet, ne? Ja, von den, von den, keine Ahnung. So, wo will jeder hin? Wo will jeder hin? Na, zu der Mächtigsten. Ja, wer ist das denn? Momentan würde ich sagen, äh, die Kalis. Ist das eine Gang? Du bist eine Mafia. Und die Geschäfts-Gang, ne Gang brauche ich. Ne Gang? Ja, du würdest wahrscheinlich zu den Crips oder Ateens passen. Nein, Mann, die haben mich schon abgeknallt, andere. Ja, aber die sind nicht so stark. Was, Jack? Mann, sag's mir. Ja, du meintest dazu Gang, aber das würde ich dir dann wahrscheinlich die Platz empfehlen. Die Platz? Ja, die Platz. Kannst du mich hinfassen? Klar. Mach mich hin. Ja, wer ist das? Du Wichser, Mann! Mach deine scheiß Musik aus, du Wichser! Was willst du, Cousin? Mach deine scheiß Musik aus! Was für Musik? Ey! Jo, warte mal, woher die Haare, woher die Hose, woher das Oberteil, Cousin? Das ist meins. Das ist meins, doch nicht deins, Cousin. Das ist meins. Moin. Das ist meins. Das ist meins, Mann. Das ist meins, Cousin. Das ist meins. Warte mal, gehört der auch zu einer Gang? Wer? Die, ey, kennst du ihn? Ich kenn ihn, ja. Wem redest du, Cousin? Mit ihm, ja. Achso. Wie heißt du denn, Cousin? Mein Name ist Chief Smoke. Ja, komm mein Auto hier weg, bitte. Ich bin der Chief auf dem Öffelpark Cousin. Chief Smoke ist mein Name. Wer bist du? Chief Smoke. Und wer bist du? Chief Smoke. Ich möchte das Schneider. Wer? Der ist der kleine Dixer, Mann. Dieser kleine Wichser, Mann. Der hat die letzten zwei Gramm genommen und ist abgehauen, der Wichser. Dieser kleine, dreckige Mann. Und was bist du, Crick? Nicht, 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 man. Die 0,5 hat er mir übergelassen, damit ich mir noch einen halben Bauen kann. Chief Smoke, ich hab ne Idee, Cousin. Ja. Du gibst mir Gras. Ich verkaufe und mach ein 50-50, okay, Cousin? Hm. Das ist meine Idee. Das ist ne gute Idee, oder, Cousin? Hm. Wo gibst du den Gras? Ich werde gehen. Hm, aus den großen Routen, Cousin. Wo sind die, Mann? Äh, sind die wieder auf? Ja. Juhu. Oh, wir fahren zu einer. Jungs, ich hab ne super roten Routen. Komm, Staggern, Chief Smoke, Cousin. Ich zeig euch jetzt was, Jungs. Das ist vor allem für den blauen kleinen Cracky-Wichser hier was, wie gut ist, glaub ich. Ah, ah. Yo, ich brauch ne Knarre, Mann. Kannst du mir ne Knarre besorgen? Ich kann. Du bist ja echt der Bruder von, äh, Susa, Cousin? Ja. Sicher? Nein, der Cousin, Mann. Bist du bei dem Platz? Sein Bruder ist Cracky, Mann. Sein Bruder, bist du auch sein Bruder, Cousin? Was? Bist du auch sein Bruder, Cousin? Von Cracky? Ja, und wie soll das physikalisch möglich sein, Mann? Wenn er sein Bruder ist und ich sein Cousin, dann ist er doch nicht mein Bruder. Achso, du bist, bist du sein Cousin? Ja. Cousin, wir treffen uns beim Ausgeladen unten. Okay. Ich, du musst sagen, ich bin auch sein Cousin, Cousin. Ja? Aber Cousin, weißt du? Achso. Also nicht der richtiger Cousin. Warum sagst du eigentlich immer Cousin, Mann? Hast du Tourette oder so? Äh, ich sag immer Cousin. Achso. Ja. Au. Wie hast du's so gesagt? Kennengelernt, Cousin? Wie ich ihn kennengelernt hab? Ja. Ach, Mann, Alter. Jo, ich war auf so einer Parkbank, ja? Chill ich am Chillen mit meinen anderen Kollegen. Hab mir nix gedacht. Ganz normal gechillt. Wollt mir grad einen bauen, ja? Auf einmal kommt so ein Wichser vorbei. So ein kleiner Wichser, Mann. Zieht mir mein Gras ab und rennt weg, der Wichser. Aber der hatte so eine Pinselfrisur, Mann. Und irgendwann macht ein Kind von mir... Wolltest du eine Sandbuck bauen, Cousin? Ja, ja. Ich wollte eine Sandbuck bauen. Ah. 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 Oh, Mann. Wolltest du uns zu hören? Meine Tür-Cousin. Sag immer mit. Jo, was machen wir? Wir sollen mitgehen, Cousin. Hallo, Bundeswehr-Cousin. Das hört sich stark nach dem Richter an. Cousin? Bis euch. Hallo, hörst du dich auch irgendwie zu? Ja, wir müssen losgesehen. Der Richter erkennt mich noch nicht mal. Verzieh dich, Mann. Das ist meine Stadt, Mann. Verzieh dich. Er meint doch nicht so, Cousin. Er meint doch nicht so, Cousin. Verzieh dich, Mann. Mit deiner Kackmütze. Er meint doch nicht so, Cousin. Wir fahren grad gerade aus, Cousin. Hey, war was vorhin ein echter Blatt, Cousin? Hm? War was vorhin ein richtiger Blatt, der gesagt hat, dass wir weggehen sollen? Keine Ahnung, Mann. Oh. Das wäre ein Fake, Cousin. Da ist er doch. Ey, warst du das, vorhin Cousin? Meinst du mich? Ja, ich wollte sorry sagen. Ich dachte, du hast dich nur wie Blatt angezogen, Cousin. Ja, was meinst du? Dachst du dich wie Blatt an... Bist du ein richtiger Blatt, Cousin? Ja, bin ich. Wieso? Nein, nur, ich dachte vorhin halt... Was macht ihr, Jungs? Ja, was? Auf, Cousin. Geh mal aus, ey. Ist das eure, Cousin? Wie heißt du nochmal? Yo, ey. Yo, Cousin. Chief Smoke, mein Name. Yo, Cousin. Komm mal her. Chief Smoke. Chief Smoke. Ja, der nenn ich nicht Chief, man lasst den Smoke weg. Gib mir ne Knarre, ich zieh diesen Blatt ab, Mann. Ich zieh diesen Blatt ab, Mann. Ich hab grad keine Knarre bei mir. Gib mir ne Knarre, gib mir ne Knarre, gib mir ne Knarre. Sepp hat ne Knarre, Sepp hat ne Knarre. Sepp, gib mir deine scheiß Knarre, Mann. Gib mir deine scheiß Knarre, Mann. Ah, komm her, ja. Ich will ihn für die auch G's abziehen, Cousin. Ja, sowas ist aber... Weißt du wieso? Hier, mach. Warte, dafür muss Chief weggehen. Ich bin jetzt... Wenn Chief ihn bekommt, das gibt... Yo, steig aus, du Wichser. Steig aus. Aussteigen, Mann. Aussteigen. Ich mach deine Wachsen, Mann. Ich mach deine Wachsen, Mann. Leg deine Waffen ab. Leg deine Waffen ab. Schneller. Schneller. Leg sie ab, Mann. Ich schieß deine... Machst du dich. Meine Waffen... Yo, ich hab nix gesagt, Mann. Yo, leg sie ab, leg sie ab, leg sie ab, Mann. Leg sie ab. Ja, alles gut. Leg sie ab, schnell, Mann. Jetzt verzieh dich, verzieh dich, verzieh dich. Verzieh dich, verzieh dich, verzieh dich. Ich schieß... Drei. Zwei. Okay. Deine Hände bleiben ganz ruhig um. Deine Hände bleiben um. Deine Hände bleiben um. Jo, 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 wir müssen da schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Ey, was hast... Was hast du gemacht, Cousin? Gib mir ne Schutzhäste. Jo, jo, habt ihr Schutzhästen? Habt ihr Schutzhästen? Da sind... Da ist ein Platzi, Lieber, Mann. Gebt mir meine Pistole wieder. Hier. Entspannt euch jetzt. Mal locker. Meine Güte. Jo, wie ist dein Name? Depp Meier. Okay. Hey, ich brauche ne Schutzhäste, Mann. Nee, überhaupt keine. Holst du da ein bisschen Kras jetzt? Hast du einen Cousin? Was hast du denn gemacht? Jo, da draußen ist Bundeswehr... Ich hab den Blatt doch abgezogen, Mann. Schutzhäste, Mann. Haben die gesehen? Was hast du von ihm abgezogen? Die Kravina? Ja, ja, ja. Gib mir Dings. Das ist auf die OGs zurückkommen. Nein, Mann. Gib mir nur... Warum denn? Nein, Mann. Cousin, du musst dich jetzt einfach entspannen und so tun, als wäre nie was gewesen. Ja, ja, gib mir einfach... Gib mir nur die Schutzhästen und mehr brauche ich nicht. Nur die Schutzhästen. Dann geh raus. Ich hab keine mehr. Ich hab... Du bist mit mir, das passiert schon nix. Habt ihr keine Schutzhästen? Nein, ich hab gerade meine angezogen, Cousin. Was habt ihr überhaupt? Was habt ihr überhaupt? Ja, das dauert nicht so, dass ich mir den Schmarrn hier habe. 2,30 Prozent. Ja, das wird ja angepasst werden. Ich hab wieder viel Jahre geduldet. Aber jetzt, wenn Schief auch noch so Stress macht, am Ende denken die das nicht auch. Aber woher sollen die das wissen, Cousin? Okay. Ey, Chief, nicht direkt schießen, wenn die reinkommen, Cousin. Ja, was soll ich sonst mal? Ich hab eine Idee, ich versteck mich. Entspann dich doch jetzt einfach, Chief. Ja, die kommen hier rein, 200 Prozent, Mann. Ja, die brauchen noch ein bisschen, weißt du, Cousin? Cousin, guck mal, hier ist noch eine Schuhswässer, wenn du eine brauchst. Geh weg, geh weg. Perfekt. Hey, das wird verarbeitet. Finesse, die Scheiße, Mann. Wuhu, zwölf frisches Gras. Geh mehr, geh mehr. Ich kann es wieder rauchen. Yeah, es geht wieder. Wuhu. Ich sehe nichts durch dieses ganze Gras. Jo, Jungs, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich hab eine Knupe. Ja, Knie. Habt ihr eine Idee, wie ich hier rauskomme, Mann? Ehrlich, das ist frisches Gras. Wann ich mehr Cousin? Die werden hier reinkommen, Mann. Ich weiß es. Dann gehst du hier hin und dann kannst du es schön verarbeiten, grinsen und dann kannst du es kippen. Meine Tasche ist voll Cousin. Dann, was hast du denn eigentlich dabei? Wie lange muss ich warten, bis sie reinkommen? Wie lange muss ich warten? Die werden nicht reinkommen, du Bitch. Kim Cousin, wir gehen mal aussehen, wir gehen mal schauen. Jo, das könnt ihr nicht machen. Doch, wenn wir ein bisschen scheißziehen. Wir lassen sie jetzt alleine zu sehen. Jo. Bitte nicht, Mann. Bitte nicht. Und dann geht's mir l WHO-Cassen. Ich muss hier echt noch absuchen nach Schutzwissen. Frisches Gras. Wo bist du, Cousin? Yo, yo. Was ist los? Hier, hier. Ey. Hier. Da stehen drei Dinger draußen. Die wollen, dass ich dich rauszuhle, Cousin. Was steht da draußen? Drei Blatts. Die ziehen mit Waffen auf uns, Cousin. Hast du noch die Pistole? Die hat Sepp-Cousin. Fuck. Ah, hier. Dann darfst du dich raus willst und du älst die Tür ab? Nein, nein, nein. Die sollen herkommen. Ja, meine ich. Soll ich sie reinlocken, Cousin? Ja, ich sehe. Okay, Moment. Ich glaube, das ist ein guter Peak, oder? Ich glaube, das ist ein guter Peak, oder? Soll ich anvisieren, oder nicht? Lieber nicht, oder? Ey, wo bist du, Cousin? Hier, hier, hier. Es sind jetzt vier Cousins. Vier. Und die wollen gleich reinkommen und dich erschießen, Cousin. Dann geh lieber beiseite, Mann. Okay, pass auf, okay, Cousin? Mach ich. Nimm dir noch ein bisschen Gras mit, Cousin, Taddy. Rest in peace, Cousin. Sag meine Mutter, ey. Sag so aus, ey. Ich hab ihn geliebt, Mann. Sag ich hab ihn geliebt. Sag ich hab ihn geliebt. Nein, Mann. Jetzt gehen wir an, bevor die stürmen. Okay, Sag beiseite. Noch gar keine Maske. Sollen sie kommen nicht wechseln. Ey, Chief. Yo. Chief Cousin? Yo. Camp die Tür ab. Darf man das? Die sind jetzt fünf oder sechs. Ja und? Es geht um dein Leben, was wie darf man das, Cousin? Du musst doch dein Leben beschützen, oder nicht, Cousin? Ja, schon, aber... Alles soll ich machen? Das ist ja auch... Also, wenn ich in die Tür reinkomme, muss ich damit rechnen, dass da jemand... Du weißt schon. Ich muss sonst warten oder so, Mann. Nein, nein, nein. Ich mach das so. Okay, Cousin. Wieso... Sechs Leute? Sag, das sind Muschis, dass sie sechs Leute für einen brauchen. Bitte, Sam, Cousin? Sag, es sind Muschis. Die brauchen sechs Leute für einen. ... Und hier kann ich halt schwer flüchten. Von da kann ich jetzt noch gleich den Ride-Pick nehmen. Digger, ich hab fast alle geholt. Krass. Eieiei, hätte ich die noch geholt, das wäre geistkrank gewesen. War das nur noch einer? Zwei waren das noch. Boah. Tschüss, wie die da alle liegen. Ah, ich hätte am Ende noch gut aimen können, aber ich musste links-rechts und ich hatte keine Muni mehr. Also das war schon sehr schwer. Hat jemand einen Clip? Mach Mut, zwei Punkten holt. Ich weiß nicht, hab ich noch einen am Ende geholt? Nee, nee. Der hat überlebt, oder? Weiß nicht. Hab ich den geholt? Den am Ende noch? Kommt, da liegt einer. Ich guck mal, Zeitlupe. Cousin ist da, auffassen. Er muss diesen Cousin. Ah, stimmt, der liegt auch. Oh, der hat alle geholt. Ja, ja, einer hat noch überlebt. Er hat viele Leute geholt, Cousin. Ja, ja, aber ich hab ihm gesagt, dass sie ihn abknallt werden, wenn er nicht rauskommt. Ich glaub, deswegen Cousin. Ja, weil hier, ja. Also. Er hat einfach viele Leute geholt, Cousin. Ja, davon hat er jetzt was. Auch nix. Liegt jetzt 20 Jahre am Boden rum. Und dann nach 20 Jahren... Fuck, Alter. Was macht die jetzt, Cousin? Hat er einen Kopfschuss bekommen? Das waren insgesamt fünf Leute, ne? Das darfst du schauen, ist das der 50er, Cousin? Gefecht. Naja, das waren fünf, das waren fünf. Draußen war noch mehr, das kann sein. Ey, liegen die nur so auf dem Boden, oder sind die... Das ist ein fucking Lootball, du fucking shit. Der hat ja auch nie bekommen, ja. Die sind alle wie Kiff, die sind umgefallen. Der hat drei Stück von uns geholt. Ja, das war drei Monate. Hier! Der Kleine hier hat vier Stück von uns geholt. Wie kann das sein? Boah, hätte ich den einen noch holt, das wäre so krass gewesen. Egal. Ja, trotzdem müssen vier Stück, die liegen. Jetzt weiß ich, wieso ihr gegen die Kali sich verliert, Cousin. Wow, wow, wow. Soll ich euch einen Tipp geben? Wir haben einen, der heißt Mahmoud, der kennt so einen Schießstern, das bringt euch übel viel, glaubt mir, Cousin. Ja, ja, ich kann ihn gut schießen, keine Angst. Im Mai werden da entdeckte Leute, die stürmen. Dann soll es rauskommen. Macht man das normalerweise, aber... Und Milchstag für deine zwei Monate. Voll Depp im Zivilistenschwanz.